Die Tsunami Relaxing time on the beach Three girls All laying down All laying down Neues Gemüse What is it? Chongjang Die Kamera sauber gemacht Jetzt schaut das Essen noch mal besser aus Chicken and yellow curry Und das da ist Sukiyaki Sukiyaki Nicht Suzuki Sondern Sukiyaki Und das da ist was Neues Es sind irgendwelche Blumen Jetzt kommt mein Fisch Fisch in Tamarind Ist gut Also hier werden überall neue Tsunami Schilder Angebracht Gerade auf Kamala Jetzt weiß ich nicht ob das Gut ist oder schlecht Oder ob die irgendwas wissen Die Obrigkeit was wir nicht wissen Da Die haben die Schilder hier drauf Ich zeig's einmal Ich mein Vielleicht ist da irgendwas im Busch Promet oder irgendwas Ich weiß was eigentlich Sawadee Kap An die Tsunami sein Da Schaut her Wir hoffen mal Dass kein Tsunami kommt I hope no Mehr aus Tsunami Na Ja Ja Na ja Die Escape Routing Na ja Da vorne haben sie auch schon eins angebracht Es ist neu wie man sieht Also wir hoffen jetzt mal Dass kein Tsunami kommt Na Da Sieht man das Ja Ich glaub schon Na ja Schauen wir mal was passiert Ja hier Das sind die Tsunami Evacuation Route Dinger Die sie hier überall aufgestellt haben Also ich hoffe das Bedeutet Nichts Schlechtes hier Ja Ja Du kannst auf der Couch sitzen Wenn du willst Bitte abonniert unseren Youtube Kanal Und drückt auf die Glocke